Hello! Das Geräusch ist meine Kaffeemaschine. Ich dachte mir, ich gehe einfach schon mal online, weil dann können wir warten, bis ein paar da sind. Das geht schnell. Tatsächlich sehr schnell. Okay, wow. Okay, anscheinend haben sehr viele Menschen Lust auf Cookies. Ich hole mir mal meinen Kaffee und mal sehen, wie viele bis dahin, was dahin, schon dahin. Oh mein Gott, ich kann nicht reden. Okay, tschüss. Okay, schaffen wir tausend? Hallöchen! Okay, wir sind schon fast da. Also, das allererste, ich habe mir irgendwie überhaupt nicht überlegt, wie ich das Ganze hier jetzt mache. Ich habe mir einfach letzte Woche gedacht, ja, vielleicht backen wir einfach alle mal zusammen. Und ich backe einfach eins meiner Lieblingsrezepte von tinyspoon.com und ihr backt es nach. Ich habe mir gar nicht Gedanken darüber gemacht, dass ich euch ja auch erklären muss, was ihr machen müsst, etc. Aber ich backe einfach und sage euch zwischendrin, was ich so mache und dann macht ihr halt mit. Oder ihr guckt einfach nur zu. Aber ich würde euch raten, mitzumachen, weil es nämlich sehr lecker ist und es ist auch ein relativ schnelles Rezept. Die Cookies müssen nur ungefähr zwölf Minuten backen und zubereiten. Das dauert auch nur so 15 Minuten. Okay, also Freunde, um das Ganze ein bisschen cooler zu machen, möchte ich, dass ihr mich hinterher auf all euren coolen Cookie-Fotos verlinkt. Damit ich auch sehe, ob ihr wirklich mitgemacht habt. Und außerdem werde ich zwischendrin definitiv ein paar Anfragen annehmen. Ich glaube, das wäre eine coole Idee. So, was ihr als allererstes machen müsst, ist den Ofen vorheizen. Das habe ich nämlich auch schon vergessen. Also Ofen vorheizen. Auf hier steht 190 Grad Umluft. Okay, also mein Ofen heizt vor. Wie steht es bei Eiern? Teman, hilf mir, das ist richtig weird, sowas zu machen. Na, ist das hier die Backstube strahl? Ja, schon tausend Menschen. Ui. Tausend Leute haben Lust auf Kekse. Okay, Freunde, habt ihr alle eure Zutaten? Ich hatte euch ja die Zutatenliste... Viel Spaß. Danke sehr. Ich hatte euch ja die Zutatenliste geschickt. Ich lese es einfach noch einmal vor. Und zwar 150 Gramm kernige Haferflocken, 180 Gramm Mehl, ein Teelöffel Backpulver, 130 Gramm weiche Butter oder halt Margarine, je nachdem, ob vegan oder nicht. Und 100 Gramm Rohrzucker oder brauner Zucker oder auch normaler Zucker. Ich glaube, ist völlig egal. Ein Päckchen Vanillezucker, ein Ei oder einen Eiersatz, 100 Gramm Zartbitterschokolade und 50 Gramm Vollmilch oder halt weitere 50 Gramm Zartbitter oder komplett Vollmilch. Ist völlig egal, welche Schokolade es am Ende ist. Ja, ich sage euch natürlich aber die Angaben auch noch mal jeweils, wenn ich das in die Schale reintue. Angefangen wird mit dem Backofen vorheizen. I already did that. Okay, die Haferflocken zusammen mit dem Mehl und dem Backpulver vermengen. Ich habe mir dafür eine Schüssel hier genommen und eine Waage. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie viel das jeweils war. Das hättet ihr mir vielleicht merken sollen. Also Mehl und Backpulver und Haferflocken. Haferflocken waren 150 Gramm, kernige. Ich habe die hier. Eigentlich völlig egal, welche ihr nehmt. Auf jeden Fall 150 Gramm davon in eine Schüssel. Ihr braucht zwei Schüsseln am besten. Also 150 Gramm. Das ist gar nicht so viel. Ich hätte eine größere Schüssel nehmen sollen. Hör auf! Okay, das war zu viel. Hat keiner gesehen. So, das sind immer noch 155. So, 150 Gramm davon. Ich brauche eine größere Schüssel. Ich bin in einer Minute wieder da. Hör auf! Okay, jetzt habe ich zwei große Schüsseln am Ende. Ich kann ja zwischendurch auch irgendwie mal Fragen beantworten, aber ich muss mich ganz kurz einmal konzentrieren, okay? Sobald ich das hier zusammen gemischt habe, kann ich Fragen beantworten. Die ist dreckig. Naja. So, 150 Gramm Haferflocken. Das haben wir jetzt ja alle. Dazu noch 180 Gramm Mehl in die gleiche Schüssel mit den Haferflocken. Oh nein, ich habe ein neues Mehl. Liebe Grüße an Amelie. Ich finde es trotzdem gut, dass wir uns stabil bei ungefähr 1000 Leuten halten. bei dieser gefailten Backshow. Okay, ich kann euch verstehen. Ihr schreibt, dass ihr gestresst seid. Ich bin auch gestresst. Nach den 150 Gramm Haferflocken, kernige am besten, gibt es jetzt zu den Haferflocken noch 180, 180 Gramm Mehl. Lass uns hoffen, dass die Waage nicht abstürzt. 180. Okay. So, ich warte mal, bis ihr alle eure 180 Gramm Mehl da reingepackt habt. Das müsste dann so aussehen. Wie viele Menschen jetzt wohl in der Küche stehen und das gleiche machen. Ja, das finde ich auch wirklich sehr lustig. Ich hoffe, es sind viele. Okay. Wir brauchen einen Teelöffel Backpulver. Ein Teelöffel. Gehäufter Teelöffel, ne? Ups. Wird für mich nichts blöd machen. Ich rühre das mal schon mal um, weil ich denke mal, man sollte das umrühren. Richtig stabil. Einfach umrühren mit so einem Teelöffel. Aber gut. Okay, ich habe jetzt umgerührt. 150 Gramm kernige Haferflocken, 180 Gramm Mehl und ein Teelöffel Backpulver. Da muss ich mal gucken, ob ich jetzt hier irgendwas vergessen habe. Nee, das ist alles richtig. Dann rauchen wir jetzt eine andere Schüssel. Wir stellen die hier erstmal beiseite. Und in die andere Schüssel machen wir am besten in eine noch größere. Ich mache das mal wieder auf Null. In diese Schüssel machen wir jetzt die Butter und den Zucker und den Vanillezucker und danach dann das Ei da rein. Okay, Butter waren 130 Gramm weiche Butter. Ich bin natürlich ein kleiner Dulli und habe die Butter nicht weich werden lassen oder die Margarine. Aber ich werde es schon schaffen. Das kann ich glücklicherweise immer noch mit dem gleichen Löffel machen. 130 Gramm Butter. Das sind nur 52. Kacke. Echt? Wie kann das nur 52 sein? Nein. Okay, jetzt habe ich schon Ich glaube, ich brauche hier noch auf jeden Fall neue Margarine. Als ob das nur 99 Gramm sind. Niemals. Das Ding lügt mich an. So, ich belasse es jetzt hierbei, weil ich glaube, meine Waage ist kaputt. Okay, ich vertraue der Worte. Okay, oh mein Gott, ich habe genau 130 geschafft. Schaut euch das an. Yay! Oh nein, 131. Naja. 130 Gramm von der Butter. Die habe ich da schon mal reingetan. Ja, was richtig schlau war von mir, ist, gesalzene Margarine zu nehmen. Das wären jetzt salzige Cookies. Lecker. Liebe Grüße an Mina. Zwischendurch mal. Wenn ich das gleich fertig habe, dann nehme ich auch Anfragen an. Okay, dann können wir alle mal miteinander sprechen. Dazu kommt der Zucker. Das sind 100 Gramm. Muss ich auch eine neue Packung öffnen. Also, ihr könnt natürlich so viel Zucker da reinmachen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch weniger oder mehr nehmen, wenn ihr möchtet. Das macht am Ende nicht so viel aus. Es ist halt entweder ein bisschen weniger süß oder halt nicht. Aber laut dem Rezept müssten das 100 Gramm sein. wie soll man das? Okay, das war einfach nur dumm. Das habe ich nicht schlau gemacht, Leute. Ich habe die Tüte schief aufgerissen. Ich hätte sie einfach mal aufschneiden sollen. Egal. 100 Gramm Zucker und dazu noch ein ganzes Päckchen Vanillezucker. Ich kann mich daran erinnern, dass ich das manchmal mit zur Schule genommen habe früher und einfach pur diesen Zucker gegessen habe. Meine besten Freundinnen werden sich ungefähr noch daran erinnern, weil das ist schwer zu toppen. Und rein. Ich finde, es gibt eigentlich nichts Geileres als Vanillezucker. Oh mein Gott. Das ist so lecker. Okay, das habe ich auch. Dann muss ich mich jetzt einmal umdrehen, weil das muss kurz gemixt werden. Also wir haben da drin jetzt 130 Gramm Butter oder Margarine, 100 Gramm Zucker und ein Päckchen Vanillezucker in der neuen Schüssel. Und das müsst ihr jetzt mit einem Mixer schaumig schlagen. Okay? 3, 2, 1, go. Mach mal die Waage aus. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Okay, ich habe jetzt meins schon schaumig geschlagen oder naja, cremig. Boah. Ja, es schmeckt noch salziger Butter mit Zucker. Uh. Warum werden solche Dinge eigentlich immer so staubig? Das benutze ich nicht. So. bei mir ist das in der Schale total hochgerutscht, deswegen streicht das alles zusammen. Und ich warte auch noch mal auf den nächsten Schritt, weil ich kann mir vorstellen, dass einige von euch nicht direkt das Rührgerät parat hatten. in der Weile schickt mir doch mal Anfragen. Dann nehme ich jetzt Anfragen an. Ich weiß, man sollte es nicht machen, aber ich mag es, immer den Rest vom Messer zu essen. Ich bin auch nicht beim Ei. Ich habe jetzt erstmal nur Butter, Vanillezucker und Zucker zusammen gemacht. Ich nehme jetzt mal Anfrage ansehen. Wie geht denn das? Hannah möchte an deinem Livestream teilnehmen. Geht das jetzt? Hannah hat abgelehnt. Warum kann man keine Anfragen schicken? Tillmann? Ah, oh, steht es hier. Ach, das sind Fragen. Leute, ich habe es jetzt erst verstanden. Ich habe es jetzt erst verstanden. Ich habe jetzt mal zwei Menschen ausgewählt. Ich verstehe nicht, ob das funktioniert oder nicht. Ich bin zu blöd dafür. Oh mein Gott, es funktioniert. Hallo. Hallo. Na, geht es euch gut? Ja. Ja. Sehr gut. Habt ihr jetzt mitgekommen, falls ihr mitmacht? Klar. Ich lade nicht, weil ich noch bis 16 Uhr beim Praktikum war. Na, das macht ja. Alles gut. Geht es euch gut? Ja. Ja. Sehr gut. Was macht kocht ihr denn, kocht ihr lieber irgendwie was, also kocht oder backen? Ich bin eher so backen. Eher für backen? Ja. Ich weiß nicht. Also seit Corona mache ich beides gerne, aber ich glaube auch eher backen. Ja, ich war glaube ich auch, ich wollte immer super gerne backen, aber ich habe irgendwie nie so richtig hinbekommen. und bin jetzt zum Kochen gegangen am Anfang von Corona noch und keine Ahnung, zwei Monate später auf jeden Fall habe ich dann angefangen mehr zu backen. Habe ich bestimmt Kuchen gebacken. Also man kann es lernen und jetzt machen die sind wirklich gut. Habe ich eine Frage an mich? Gerade nicht. Man kann ein bisschen lieber rumfüllen. Alles gut. Oh Gott. Ich zitter nicht. Ich habe das nicht erwartet. Ich auch. Oh Gott. Na ja, cool. Ich finde es cool. Ich mache nochmal weiter. und zwar mit dem Ei. Ich persönlich das ist so ich persönlich Ei-Ersatz es ist ein Ei nötig. Nicht wundern, die Ei-Ersatz sind gut. Was hat das Weg? Muss man das so machen? 50 Minuten? Keine Ahnung. So. Wahrscheinlich sind das ein bisschen zu viel. Tja. Dieter? Könnte hinkommen. Okay, dann Ei. Äh, Ei. So. Das Ei muss dann zu der Butter und den Zucker dazu kommen. Alle kommen irgendwie halt. Also falls euch eine Frage einfällt, würde ich die jeder stellen. Ja, okay. Ich glaube, das Problem ist was? Es hängt die ganze Zeit ein bisschen. Also es hört die ganze Zeit ab. Okay. Liegt das nicht dran? Es liegt einfach mal funktioniert es jetzt? Tim, man geht es ohne WLAN? Dann habe ich jetzt den Livestream abgebrochen. Geht es jetzt? Also jetzt bist du wieder da, ja. Jetzt geht's. Nachdem habe ich auf jeden Fall kein Internet mehr, aber ohne WLAN. Okay. Läuft es bei euch flüssig? Also ich habe es jetzt schon vermischt. Ja, das ist ja nicht schlimm. Alles gut. Vielleicht ist keine Verbindung tot. Ja, die Verbindung ist gleich gut. Ja, jetzt hört man mich jetzt ab. Gut. Also das Ei kommt zum Zucker und das wird jetzt nochmal gemischt. Das mal ganz kurz. Warum hört man immer noch nicht so gut? Ich verstehe das nicht. Ja, das Ganze Ei. Und dann verrühren. Habt ihr den Butter nicht? Also den Butter nicht, aber backst den nicht. Aber den Ofen vorgeheißen und daran gedacht. Okay. Also die Hafeflocken und das Knie und dem Ei. Drei, zwei, ein, noch, das dann. Lina, also ich höre dich gerade irgendwie nicht mehr. Nein. Also jetzt wieder, also nur manchmal irgendwie nicht. Okay, jetzt geht's. Warte. Alle Fragen, ob ich den Stream speichern kann, ich speichere den Stream auf jeden Fall. Und die Frage ist, eine der Fragen ist noch, wann die Strahler Academy wieder funktioniert. Und eigentlich sehr bald. Also nächste Woche auf jeden Fall. aber wir müssen da einmal was ändern und deswegen ist sie gerade offline. Ich glaube, dass das Haar könnte daran liegen, dass wir zusammen online sind. Weiß jemand, wie das wieder rückgängig geht? Ich glaube, du kannst uns entfernen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Gott, ich will jetzt auch nichts falsch machen. jemand? Ah ja, okay, man kann euch entfernen. Okay, das klingt super komisch, aber ich würde sagen, ich mache dann einmal alleine weiter, in der Hoffnung, dass die Verbindung dann wieder stabil ist, okay? Ja, danke, dass du uns reingenommen hast. Kein Problem. Tschüss. Tschüss, ihr Süßen. Tschüss. So. Tschüssi, Jessica. Tschüss. Und weg. So. Okay, ich glaube, jetzt müsste es wieder besser funktionieren, weil ich wieder alleine bin. Mal gucken, ich hoffe, das funktioniert. Besser jetzt. Für alle, die es gerade verpasst haben, so viel ist nicht passiert. Ich habe jetzt gerade die trockenen Zutaten, also das Mehl, die Haferfloppen und das Backpulver zu dem Vanillezucker, Butter, Zuckergemisch und dem Ei dazugegeben. Also es werden jetzt einfach alle Zutaten bis auf die Schokolade gerade verrührt. Genau. Alles jetzt einmal umrühren. Alles. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, ihr Lieben. Schmeckt sehr lecker, sehr süß, aber ich lieb's. Es werden Haferflocken-Cookies, falls ich das übrigens noch nie erwähnt habe. Also Schokokekse mit Haferflocken. Und ich grüße Luisa ganz herzlich. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt alle wieder verstehen. Und wir sind da angelangt, dass wir jetzt alle Zutaten gerade bis auf die Schokolade miteinander vermischt haben. Jemand schreibt, der Mixer dreht gerade komplett durch. Wie witzig ist das? Okay, also euer Gemisch müsste jetzt ungefähr so aussehen. Okay, mir ist es rausgefallen. So. Sehr gut. Dann tun wir das erstmal beiseite, weil jetzt passiert folgendes. Ihr braucht am besten ein Holzbrett oder halt irgendein Brett, wo man auf jeden Fall drauf schneiden kann. Weil die Zartbitterschokolade oder halt die Vollmilchschokolade, je nachdem, welche Schokolade ihr nehmt, muss zerstückelt werden. Ich guck mal, ich muss mich hier kurz durch meine Schokolade durchsortieren. Weil teilweise liegt die schon sehr lange irgendwo rum. Okay. Wie viele Gramm sind das eigentlich? 100. 150 Gramm Schokolade insgesamt. Ich habe hier jetzt noch nicht mal 100. Aber wir fangen einfach erstmal an, die zu zerstückeln. Okay. Ihr könnt mir gerne nochmal ein paar Fragen stellen weiterhin. Dann beantworte ich die so nebenbei. Hier fragt jemand, wie viele Tattoos... Kann man das anklicken? Ja, oder? Ja, hier steht, wie viele Tattoos hast du? Ich habe genau eins. Das da. Das habe ich mir in Neuseeland stechen lassen. Könnt ihr mir einmal kurz Rückmeldung geben, ob alles wieder funktioniert? Ich hoffe nämlich. Also ihr könnt auch weiße Schokolade nehmen. Es ist völlig egal, ob helle oder dunkle Schokolade. Alles gut. So wie ihr wollt. Und wenn ihr jetzt die Schokolade habt, dann ist es ja noch eine Tafel und dann jetzt einfach in so kleine Stückchen wie möglich zerbrechen, ohne dass es durch die gesamte Schokolade... durch die gesamte Wohnung fliegt und auch am besten gucken, dass der Hund keine Schokolade auf dem Boden findet. Es könnte jetzt ein bisschen mühselig werden, aber wir haben ja Zeit, wir können ja miteinander sprechen. Also, nächster Schritt ist 150 Gramm Schokolade in kleine Stückchen hacken, dass die ungefähr so groß sind. Sieht sehr makaber aus wahrscheinlich, aber es funktioniert. Ich habe das einmal gemacht und war so unschlau und habe vergessen, eine Unterlage drunter zu legen. Und habe einfach ziemlich viele Löcher in unseren schönen Holztisch gebohrt. Jetzt wird gefragt, ob ich nochmal wen annehme. Ich denke schon, dass ich das nachher nochmal mache, aber solange wir backen, sollte das ja funktionieren am besten, die Internetverbindung. Von daher lasse ich das jetzt erstmal und ich hoffe auch, mein Internet geht nicht leer. Das wäre jetzt tragic. Tim, wenn ich mich wieder ins WLAN hole, geht der Livestream dann kaputt? Ich versuche es einfach mal, okay? Okay, anscheinend müsste es, glaube ich, noch funktionieren. So, ich mache nochmal eine Frage. Okay, die Frage ist einfach nur, wie geht es dir, Linchen? Ich würde sagen, eigentlich ganz gut. Gut, ich muss sagen, es ist ja ein bisschen, ich finde den zweiten Lockdown ein bisschen anstrengend. Obwohl das natürlich eine Aussage von einem sehr privilegierten Standpunkt ist trotzdem. Aber ich glaube, es kann einfach keiner leugnen, dass das irgendwann aufs Gemüt schlägt, die ganze Sache. Ja, es fehlen halt Tagesabläufe. Ich war heute im Studio. Aber trotzdem, weiß nicht, wenn man sich wenigstens irgendwie draußen richtig beschäftigen könnte oder mal wieder seine Freunde treffen kann, ja, einfach ein bisschen social, more social sein könnte, dann wäre man, glaube ich, ja, wäre man ein bisschen glücklicher. Aber gleichzeitig möchte ich mich auch nicht anstecken. Deswegen bin ich lieber ein bisschen unsozial unterwegs. Außerdem ist es ja auch so vorgeschrieben und das ist auch gut so. Man sollte sich einfach an die Regeln halten. Wenn ich jetzt schon höre, dass teilweise Geschäfte wieder geöffnet haben oder man jetzt, zum Beispiel habe ich vorhin gehört, dass man jetzt wieder nach Mallorca reisen darf, glaube ich. Verstehe ich nicht. Also meiner Meinung nach sollte man das noch länger zuhalten alles, damit das einfach einmal komplett weggeht. Weil am Ende haben wir Corona noch mal ein Jahr und ich glaube, das wäre nicht so cool für alle Beteiligten. Ist ja dann schön, dass man einmal seinen Mallorca-Urlaub gehabt hat, aber nützt einem dann on the long run auch nichts mehr. So viel zu dem Thema. Wie geht es dir, Lienchen? Sagte sie mit so einem Messer in der Hand. Aber gut. Lina, Pascal grüß dich. Pascal, ich grüße dich zurück. Wehe, du backst die Cookies nicht mit. Du musst sie auch backen. Ich glaube, das ist das langsamste Cookie-Backen auf der ganzen Welt. Auf dem Rezept steht zwölf Minuten. Es ist jetzt schon eine Halbstunde, aber gut. Lebt es noch? Ja, ich bin gerade aus Corona weggegangen. Äh, aus Corona weggegangen? Was rede ich da? Aus dem Handy weggegangen. Wird es bald neue Musik geben? Gute Frage. Wäre ja auf jeden Fall sehr schade, wenn nicht. Und nein, ich arbeite auf jeden Fall natürlich dran, dass es sehr bald schon wieder neue Musik geben wird. Ich kann euch natürlich nicht sagen, wie schnell, weil das hängt nicht alles nur von dem Wunsch ab, dass ich das am liebsten natürlich sehr schnell machen würde. Da gehört immer ein bisschen was anderes dazu. Und ja, wir schreiben aber ganz fleißig. Und heute war ich ja, wie gesagt, auch wieder im Studio. Von daher, lasst euch einfach überraschen. Schokolade ist einfach das Geilste. Lasst euch einfach überraschen. Und freut euch auf was Neues. Es wird auf jeden Fall noch etwas Neues geben. Aber alles zu seiner Zeit. Erstmal gibt's Cookies. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen schneller als ich, weil ich bin echt langsam. Oh mein Gott. Aber ich will mir auch nicht wehtun. Ich hab das Talent dafür, dass ich mir bei solchen Sachen dann wehtun würde. Deswegen mach ich alles sehr blütsam. Tilman? Musst du nicht los? Gleich? Ja. Du wolltest dir das noch raussuchen, ne? Ja. Mein Spatz? Okay. So. Die Hälfte der Schokolade hab ich schon mal zerstanzt. Das könnt ihr einfach. Das, was ihr dann... Ich zeig's euch mal. Ich hab jetzt ungefähr so einen Haufen hier liegen. Und das, was ihr dann an Schokolade zerstanzt habt oder zerschneidet, wie auch immer. Ich drück das irgendwie immer so mit dem Messer. Seid vorsichtig, bitte. Eigentlich müsste ich hier so einen Claim machen. Nicht zu Hause nachmachen. Huch. Die Schokolade, die ihr dann fertig habt, gebt ihr zu eurer Teigmischung schon mal dazu. Nichts damit machen. Einfach nur... Könnt ihr einfach nur oben drauf machen. Damit man wieder ein bisschen neuen Platz hat. So. Hui. Und, ähm... Nächste Schokolade, würde ich sagen, ne? Ich verbrauche all unsere Schokolade. Ich muss sie mal herkaufen. So, die sieht anders jetzt nicht aus. Oh Gott, ich muss schneller werden. Okay, ich beeil mich jetzt mal, ja? Mein armes Holzbrett, selbst das Holzbrett geht kaputt, ja? Genau, die geht zu Edeka. Zu Edeka. Okay. Äh, aber du musst doch vielleicht da sein. Ich muss da sein. Ach so. Okay. Warum? Aber egal. Secrets. So, jetzt habe ich hier aber richtig, richtig Speed drauf. Ich bin richtig schnell gerade. Muss man direkt vorsichtig werden, dass man sich echt nicht wehtut, ey. Ich bin echt mal gespannt, weil es gucken ja wirklich durchgängig so ungefähr 100 Leute zu. Äh, 100. 800. Also hoffe ich mal, dass wir am Ende 800 Mal geile Cookies haben. Okay, dieses Mal bin ich echt wesentlich schneller. So, jetzt habe ich schon wieder Schokolade zerstanzt. Ist auch nicht so schlimm, wenn die Stückchen mal ein bisschen größer sind. Macht euch keinen Stress. Ist ja am Ende völlig egal. Meine Stückchen sind alle ungefähr so groß. Die kann aber auch größer sein oder kleiner. Ja, nur nicht zu klein, das wäre uncool, weil ich finde es immer ganz nett, wenn man auf etwas draufbeißen kann quasi. Ich glaube, das war jetzt viel Schokolade. Egal! Naja. Never enough. Aber ich glaube, so ein bisschen mache ich trotzdem ab davon. Man muss es ja jetzt auch nicht übertreiben. So, also ich zerstanze jetzt meine letzte Schokolade, mein letztes bisschen und dann habe ich ungefähr 150 Gramm. Ich habe es jetzt gerade gar nicht mehr nachgeguckt, aber es wird schon irgendwie stimmen. Dass ich am Ende ca. 150 Gramm habe. Warum habe ich das nicht von Anfang an in diesem Speed gemacht? Ich bin richtig schnell. Leute, es ist so komisch, die ganze Zeit mit sich selber zu reden, ne? Weil ich höre euch ja nicht. Und ich habe die ganze Zeit wirklich das Gefühl, ich rede einfach mit mir selbst. Mache ich ja auch. Okay. Letzte Schokolade. Gott, ich zitter voll. Wurde zerstanzt. Jetzt kommt die da auch noch rein. Ich hoffe mal, ihr wart ein bisschen schneller als ich und habt schon seit Ewigkeiten Schokolade fertig. Als nächstes brauchen wir... Oder sage ich mal, hätten wir schlauer sein sollen. Egal. Als nächstes brauchen wir ein Backblech. Ist egal, ob das geriffelte oder so ein Tool ist, aber ich war so dumm und habe das geriffelte im Ofen gelassen, deswegen kann ich das jetzt gerade nicht mehr auf den Tisch legen. Deswegen muss ich jetzt so ein zues Backblech nehmen. Genau. Weil darauf machen wir gleich die Cookies. Wie sieht es aus, die alten Songs aufzunehmen? Ja, ich glaube, an das Thema setze ich mich auf jeden Fall nochmal. Also ich habe schon vor, das nochmal zu machen, weil ich ja schon merke, dass ihr euch auch nochmal die alten Songs wünscht. Ja, von daher, why not? Auf das Backblech schon mal Backpapier legen, ja? So. So ist das Backblech. Und so sieht gerade mein Haufen Teig aus. Jetzt müssen wir uns alle, ganz, 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 ganz wichtig, Hände waschen, weil wir werden gleich den Teig mit den Händen durchkneten, beziehungsweise die Cookies halt mit den Händen vormen. Und deshalb wäre es auf jeden Fall nötig, sich die Hände zu waschen, okay? Sehr gut. Ui! Okay, also, wenn ihr alle Zutaten zusammen habt, also dass es so aussieht, Teig und die Schokolade drauf, dann, wie machen wir das jetzt? Machen sie einfach mit der Hand. Scheiß drauf. Einfach mit der Hand rein und die Schokolade unter den Teig mengen, sodass es irgendwie einigermaßen gleichmäßig ist. Aber meistens ist es so, dass die Schokostückchen eh nach unten fallen und sich dann da so ein bisschen sammeln. Aber versuchst es einfach schon mal relativ gleichmäßig durchzukneten. Und dann formen wir jetzt gleich einfach mit den Händen die Cookies. Eigentlich ist es echt eine super entspannte Sache und ich habe echt mega Hunger drauf. Was ist mein Lieblingsfilm oder meine Lieblingsserie? So, ich habe das jetzt so ein bisschen durchgemanscht. Und ab jetzt machen wir einfach so, circa, ich zeige es euch gleich. So, es sind jetzt so große Cookies. Immer mit ein bisschen Schokostückchen drin. Könnt ihr ja einfach sehen, dass ihr halt immer so ein paar Schokostückchen da reinpresst. So, circa so groß. Mh, meine Hände. Und dann legen wir die Cookies einfach schon mal aufs Backblech. Okay, sehr gut. Ich wurde gerade gefragt, was meine Lieblingsserie ist oder mein Lieblingsfilm. Ich habe ja vorletztes Jahr einen Film synchronisiert, der heißt Booksmart. Und irgendwie ist mir der gerade in den Kopf gekommen, weil den habe ich letztens mit meiner besten Freundin geguckt. Und, ähm, ja, das ist eigentlich so mein Lieblingsfilm momentan. Weil, nicht weil ich den synchronisiert habe, ich habe ja nur eine ganz, ganz kleine Rolle gehabt. Sondern, kurz probieren. Sehr gut. Ja, sondern weil ich den einfach toll finde. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe es vergessen. Hm. Ähm, das ist mein Lieblingsfilm. Bei den Cookies müsst ihr so ein bisschen Abstand dazwischen lassen, ne? Sonst laufen die ineinander. Hm. Meine Lieblingsserie. Ich werde einfach vorher alles aufessen. Meine Lieblingsserie. Oh mein Gott, was ist meine Lieblingsserie? Ah! Ich weiß es nicht, Leute. Timon und ich haben in der letzten Zeit so unfassbar viele Serien geguckt, dass wir jetzt nicht mehr wissen, was wir gucken sollen. Hm. Und ich weiß gerade auch gar nicht mehr, was meine Lieblingsserie ist. Hm. Jetzt gerade gucken wir an Orthodox. Das ist auf jeden Fall auch eine ganz gute Serie. Hm. Pretty Little Isles. Die habe ich halt aber schon früher geguckt. Hm. Breaking Bad ist eine wirklich gute Serie, aber die ist ganz schön hart. Sollte man nicht gucken. Unter 16 würde ich sagen. Auf jeden Fall nicht. Hm. Was gibt es denn noch so? Ich gucke gerade unter anderem auch Ginny und Georgia auf Netflix. Ich gucke gerade einfach echt wirklich alle Sachen durch. Also ich glaube, wenn ihr mich fragt, ob ich dies und das schon gesehen habe, ich habe wahrscheinlich schon alles gesehen. Ob das jetzt ein gutes Zeichen ist, weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich gerade auch kein gutes Vorbild. Aber, ehrlich gesagt, bin ich momentan so viel zu Hause, dass ich... Ja, was soll man halt machen? Ich kann ja nicht die ganze Zeit puzzeln. Hm. So, einfach schön die Kekse zusammenmanschen hier. Hm. Ja, ich bin eine Naschkatze. Ich nasche sehr gerne. Es ist halt aber auch... lecker. Ich glaube, für die nächste Runde frage ich mir eine beste Freundin, ob sie mit mir mitmacht. Anni, falls du zu guckst, machst du mit mir mit? Weil es ist irgendwie ganz schön komisch, sich die ganze Zeit selber zu unterhalten. Okay, die nächste Frage ist, wer sind bei Grace Anatomy deine Top 5 Charaktere? Ähm, number one. Ähm, Alex. Alex Kareff ist mein number one. Hm. Früher habe ich auch Izzy geliebt. Aber ich glaube, Izzy... Ja, da gab es ein paar Gerüchte, warum sie ausgestiegen ist und das war irgendwie nicht so cool. Hm. Aber, ähm, Izzy mochte ich trotzdem total gerne. Ähm, ach, ich nenne dich so viel, tut mir leid. Hm, ähm... Mochte ich noch. Ich mag noch, äh, Dr. Hunt. Ich glaube, ich habe zu viel für gerade genommen. Ich glaube, ich bin die Langsamste, die es hier gibt. Ihr seid wahrscheinlich alle schon längst fertig und denkt euch so, boah, kannst du mal schneller machen. Ähm, was wollte ich euch sagen? Ähm, ich mochte auch April, auch wenn sie mal ein bisschen genervt hat. Ähm... Jackson mochte ich zum Ende hin irgendwie auch. Wen mochte ich denn noch so? Ich bin tatsächlich nicht so richtig der Meredith-Fan. Ich weiß nicht, ob das manchen von euch auch so geht. Oh mein Gott, Grey's Anatomy ist natürlich eine gute Serie. Klar. Ähm, aber die ist auch echt, äh, traurig. Dann ist, äh, This Is Us noch eine gute Serie. Auf Amazon. Aber die ist auch super traurig. Irgendwie kann ich euch nur traurige Serien empfehlen. Ähm... Also, This Is Us ist wirklich eine tolle Serie, aber wirklich traurig. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt in dieser Zeit so empfehlenswert ist. Aber eigentlich schon, weil sie ist auch gleichzeitig sehr schön. Es ist nicht nur traurig, This Is Us ist auch einfach sehr, sehr schön. Und man wird so ein bisschen sehnsüchtig. Wieder wünscht sich man für seine Kindheit zurück und so. Also eigentlich ist die Serie einfach nur schön. So. Ähm, mich hat gerade jemand gefragt, ob ich die neue Bibi und Tina Serie schon gesehen habe. Hm. Und ich bin ja dafür, dass ich offen und ehrlich bin. Und deswegen kann ich ehrlich zugeben, dass ich schon mal reingeschnuppert habe. Aber ich es noch nicht wirklich geschafft habe, eine Folge zu sehen. Weil mich das doch, äh, emotional schon ganz schön berührt. Weil das natürlich auch krass ist, wenn man so ein Projekt gemacht hat über mehrere Jahre. Und, ähm, ja, dann wird das quasi nochmal neu aufgelegt. Und das ist natürlich auch total toll. Weil, also, ich gönne... Ii, da ist ein Hundehaar. Was mache ich jetzt? Hm. Äh, den Keks muss ich ablegen. Ich, ähm, gönne natürlich wirklich voll den Erfolg und alles. Und ich finde die, ähm, neuen Darstellerinnen auch super süß. Also die neuen Bibi und die neue Tina finde ich super, super niedlich. Trotzdem ist es natürlich für mich echt so ein Herzensding. Und, ähm, es macht mich auch ein bisschen traurig und sehr sehnsüchtig, das zu sehen. Und deswegen habe ich noch keine ganze Folge geguckt. Weil ich habe das noch nicht ganz, wie soll man das sagen, übers Herz gebracht ist das falsche Wort. Aber, ich weiß nicht. Vielleicht könnt ihr euch das ja vorstellen, wie das sein muss. Und deswegen, ja, war ich da jetzt noch ein bisschen zögerlich. Aber irgendwann werde ich es schaffen. Irgendwann werde ich es schaffen. Nee, also mach, beeil dich mal lieber bei dir. Da habe ich sie nicht gefunden. Nee, Kabel habe ich schon. Achso, nee, das habe ich nicht, oder? So, schnell die Cookies machen. Damit der Ofen nicht so lange unnötig an ist. Aber das habe ich jetzt eh schon versorgt. Ich würde euch ja meine Cookies zeigen, aber, ähm, meine Hände sind so teigig. Hier, jetzt ist es aber spannend. Spannend? Nee, noch nicht. Also ja, ich mache das nur im Notverdiening. Alles gut. Mh, das sieht aber lecker aus. Eilig. Sieht sehr lecker aus. Oder? Tim, man ist eben gerade noch mal nach Hause gekommen. Der war gerade kurz einkaufen. Ich habe mich so erschrocken gerade, als die Tür aufging. Ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen schreckhaft. Und dann ging auf einmal die Wohnungstür offen. Und ich habe mich einfach mega erschrocken. Bin ich die Einzige, die schon lange fertig ist? Ja, Leute, ich bin halt einfach langsam. Tut mir leid. Ich mache schneller. Ich beeile mich wirklich. Hilfe. Hilfe. Hilf mal, aus Hämmer auf dich zu kratzen. Okay, was haben wir heute rausgefunden? Ich sollte definitiv keine Kochshow machen, weil das wäre die langsamste auf der ganzen gesamten Welt. Mein Hund guckt mich an so. Was machst du da, Mama? Was machst du da? Es tut mir leid, dass ich so langsam bin. Es tut mir wirklich leid. Ach so, Liebling. Julia, komm, ne? Ach so. So, ich werde hier schneller, oder? Ich glaube, ich werde schneller. Oh mein Gott. Ich beeile mich. Es tut mir leid. Jemand fragt, was machst du da? Ich schreibe gerade einen Aufsatz. Seht man doch. Nein. Ich versuche, Kekse zu backen und ich weiß nicht, ich stelle mich ein bisschen langsam an. Aber, das Gute ist, sie sind auf jeden Fall lecker am Ende, egal wie lange man jetzt gebraucht hat. Aber es stresst mich ein bisschen mehr. Ich habe so das Gefühl, einem gehen die Zuschauer auflöten, wenn man zu lang ist. Da steht, ob ich noch mit Lisa-Marie-Koreu Kontakt habe. Und ja, also wir telefonieren jetzt nicht jeden Tag und auch gar nicht mehr so häufig, aber trotzdem telefonieren wir ab und an und schreiben auch mal ab und an. Und wenn wir beide gleichzeitig in Berlin sind, dann sehen wir uns auch meistens. Allein schon, weil wir uns ja auf eigentlich allen Veranstaltungen begegnen. Und ja, es ist ganz witzig, wenn man irgendwie Menschen immer so lange nicht sieht und dann mal wieder sieht und dann kommen so tausende Flashbacks von früher und man erinnert sich so, wie es früher war und ja, weil sie und ich waren ja früher schon wirklich sehr eng befreundet, würde ich sagen. Aber das ist jetzt auch schon wirklich eine Weile her seit dem letzten Teil. Ja, das beste Kommentar ist, Zubereitung zwölf Minuten, Lina 48. Oh mein Gott, Stresslevel 190 erreicht. So, das wird hier jetzt mein letzter Cookie, da passt er auch nicht drauf. So, das sind ein paar Cookies, die sind echt ziemlich groß, aber egal. Den Rest esse ich jetzt gleich aus der Schüssel. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Mein Backlös sieht so aus. Cool oder cool? Warte. Tschüssi, tschüssi. Bis gleich. Wir essen danach, oder? Ja. Okay. Ich wasch mit meinen Händen und dann schufe mir die Cookies in den Ofen. Außerdem möchte ich nur einmal erwähnen, dass ich nur so lange brauche, weil ich euch so lange wie möglich Gesellschaft leisten möchte, okay? Daran liegt's. Ich bin nämlich eigentlich gar nicht langsam, ich mach das nur mit Absicht. Mit Absicht, damit ich so lange wie möglich diesen Leistung mache. Okay, meine Cookies sind fertig. Ich tue sie jetzt in den Ofen. In den Ofen müssen sie, äh, elf bis zwölf Minuten. Let's go. Umluft 190 Grad. Zwölf Minuten. In diesem Haushalt ist alles von der Star Wars, weil es jemand so krasser Star Wars-Fan ist. Und jetzt hab ich mich einfach mit meinem Pulli gerade in die Schokolade gelehnt. Wie dumm kann man sein? Mann, oh. Okay. So. Star Wars-Handschuhe. Zwölf Minuten hat jemand auf die Uhr geguckt, wie spät es ist, weil die Uhr von meinem Ofen zeigt nur noch die Gradzahl an und mein Handy... Okay. Sagt 17.51 Uhr. Gut. Also, um kurz nach 18 Uhr, ähm, holen wir die Cookies raus. So, jetzt hab ich auch vergessen, meinen Kaffee zu trinken. Hat richtig viel Sinn gemacht, den zu machen. Und jetzt fragt jemand, ob ich Schluckauf hab. I'm telling you guys. I do. Und wenn ich Schluckauf hab, dann hab ich das meistens eine halbe Stunde. Deswegen hoffe ich, dass, ähm, dass kein richtiger Schluckauf war gerade, sondern einfach nur ein Zeichen von Nervosität. Und, ähm, kalter Kaffee. I love it. Ihr seid so süß. Eure Kommentare sind echt niedlich. Okay. Ich würde das ja probieren, dass ich euch wieder reinhole. Hallo Steffen. Danke für Lina, Polina, Galina, Pepina, Schokoladen, Pina. Oder Pina. Ähm, dieses Mal passt das mit der Schokoladen Pina auf jeden Fall. Weil da ist ganz viel Schokolade im Ofen. Ähm, und ich hab noch so viel Schokolade hier hinten im Ding. Deswegen esse ich das jetzt nicht mal. Ähm. Was wollte ich euch sagen? Ich würde ja noch welche von euch einladen, aber ich hab Angst, dass dann wieder der Livestream abbringt. Ähm. Ich zitter so sehr. Oh mein Gott. Ähm. Deswegen mach ich lieber weiter mit den Fragen. Ihr fragt, ob ich mal eine Haustour machen kann? Ähm. Nein. Ich bin, was das angeht, wirklich ähm, sehr private. Ähm. Ja, weil ich das einfach gerne mag, wenn weiß ich nicht, mein Zuhause quasi so mir gehört. Ähm. Und deswegen geh ich damit tatsächlich nicht so wirklich offen um. Ähm. Sondern zeig immer nur bestimmte Sachen, weil ich das nicht so wirklich mag. Also eine Roomtour wird's von mir auf jeden Fall nicht geben. Tut mir leid. Ähm. Ah. Existiert der Livestream noch? Manchmal wisch ich aus Versehen auf Instagram raus. Aus Instagram raus. Und dann hab ich immer Angst, dass das kaputt geht. Ähm. Ob Tilman und ich zusammen wohnen? Yes. Tilman und ich wohnen zusammen. Seit ein paar Jahren. Ähm. Ja. Ich glaub, wir haben das auch erst dieses Jahr gesagt, dass wir zusammen wohnen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm. Ich weiß es aber nicht so ganz. Aber auf jeden Fall schon seit ein paar Jahren wohnen wir schon zusammen. Ähm. Hat sich einfach so ergeben, weil weiß ich nicht. Es war irgendwie blöd, sich immer nur so doof zwischen den Jobs zu sehen und dann immer zu überlegen, wo man sich jetzt in Hamburg sieht oder in Hannover, weil ich ja noch bei meinen Eltern war. Und dann irgendwann sind wir auf die Idee gekommen, okay, gemeinsam nach Hamburg macht irgendwie am meisten Sinn. weil dann sieht man sich mehr. Und deswegen haben wir gedacht, okay, let's just do it. Wenn es nicht funktioniert, dann werden wir es schon merken. Wer kommt denn eigentlich von euch auf die Tour nächstes Jahr? Oh, und eine neue Frage ist, ob es dieses Jahr eventuell wieder so Sommerkonzerte geben wird. Und, ähm, ich kann euch da noch nichts versprechen, aber ich hoffe doch. Also, wenn das ein gutes Konzept ist und wenn das alles einigermaßen sicher ist, oder nicht nur einigermaßen, sondern wenn es sehr sicher ist, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass man im Sommer wieder was machen kann. Boah, ich habe so viele Schokoladenstücke gegessen. Wie oft Ah, die Frage, die gerade aufgetaucht ist, die ich aus Versehen eingefickt habe, ist, woher hast du die Strickjacke? Die habe ich tatsächlich online gekauft. Hey, was wollte ich denn gerade beantworten? Ich habe gerade eine Frage gesehen und die wollte ich beantworten. Oh, eine Frage war gerade, ob es mal einen Adventskalender von mir geben wird. Und, das ist wirklich sehr lustig, weil wir dieses Jahr, also letztes Jahr tatsächlich im Überlegen waren, ob es mal einen Lina Adventskalender geben soll. Und ich wollte dann aber, dass das, wenn es das gibt, dass das alles cool ist, dass das Bio ist oder Fairtrade ist, dass man sich auswählen kann zwischen Zartbitter oder Vollmilch, und ehrlich gesagt, war das ganz schön ambitioniert, meine ganzen Wünsche. Und deswegen haben wir das so schnell nicht mehr hinbekommen. Aber die Adventskalender-Idee, die existiert auf jeden Fall schon. Die steht auch schon in meinem kleinen Büchlein. Und ich hoffe, dass wir das dieses Jahr dann umsetzen können. Mal gucken. Ich schreibe es mir auf. Also es ist ja schon aufgeschrieben, aber ich schreibe es mir hinter die Ohren, wollte ich sagen. Was würde ich sagen? Das tut so weh, wie du die ganze Zeit Schoki isst und ich keine habe. Scheiße, das ist mir runtergefallen. Schokolade ist echt. Wie es ist, während Corona Lieder aufzunehmen? Naja, also wenn ich nicht vor dem Mikro stehe, dann heißt es natürlich die gesamte Zeit nass getragen. Aber wo man noch einen Haushalt sehen durfte, also einen kompletten Haushalt und nicht nur eine Person, da war es ganz praktisch, da mein Produzententeam dann einfach der Haushalt war, den ich immer gesehen habe. Von daher ging es dann auf Distanz, auch manchmal ohne Maske. Aber jetzt gerade nur ohne Maske, wenn ich einsinge. Sonst wäre ja blöd. Also mit Maske singen geht nicht, aber ansonsten, ja klar, komplett mit Maske. Und wir haben das auch anfänglich so gemacht oder immer jetzt, wenn die Zahlen halt schlimmer sind, dass man natürlich nur das Nötigste, sage ich mal, im Studio macht. Also viele Sachen kann man ja auch per Zoom machen oder per Skype. Man muss sich nicht wirklich sehen und so eng aufeinander hängen. Und ich finde, dass man das eigentlich, wir haben mehrere kreative Prozesse über Skype gemacht, gerade in der ersten Phase vom Lockdown noch. Und ja, als wir die EP gemacht haben im letzten Herbst, das war ja noch vor dem zweiten Lockdown, wie gesagt, da war das dann, dass das halt mein Haushalt war, den ich gesehen habe, regelmäßig. Und Tilman, deswegen konnten wir uns sehen, aber ansonsten funktioniert Songschreiben, auch wenn es passt von der Chemie her. gut über Skype. Ist natürlich manchmal blöd, weil man kann sich Sachen nicht unbedingt vorsingen und vorspielen. Aber ja. Meine Kekse sind auch übelst groß. Ja, meine nicht, ich weiß nicht, meine sind so, meine sind auch ein bisschen größer als sonst, ehrlich gesagt, meine Kekse. Ich glaube, ich lasse sie einfach eine Minute länger drin, aber wird schon. Ich wasche mir noch mal die Hände. Ich habe meine Schokolade jetzt finally aufgegessen. Okay Leute, noch drei Minuten und wir können die Kekse essen, hoffentlich. Also zumindest können wir sie rausnehmen, sie werden wahrscheinlich noch sehr heiß. Musst du eine FFP2-Maske tragen? Ja, also sollte man überall tun. FFP2 oder halt diese OP-Maske. Und ja, das mache ich auch. Ist so lustig, am Anfang hat man sich noch Stoffmasken geschenkt und so und jetzt kann man diese Stoffmasken, außer man kann halt einen Filter reintun, gar nicht so richtig gebrauchen. Lässt du dich impfen gegen Corona? Of course I do. Also ich glaube, es wird noch dauern, bis ich drankomme, aber ich denke, in Deutschland wird nichts zugelassen sein, was irgendwie schädlich ist. Von daher, ich glaube einfach, dass der Einzige, ich will jetzt gar nicht politisch werden oder irgendwas, aber meine Meinung dazu einfach, ich glaube, wenn das nicht gemacht wird, haben wir Corona einfach noch so, so lange an der Backe. und das Schlimme ist ja, dass man einfach nicht, ich meine, klar, wir können jetzt sagen, ja, aber wenn man nicht irgendwie über 60 ist, dann ist es ja nicht so schlimm, aber allein schon das sollte keine Aussage sein, weil ich möchte nicht, dass meinen Eltern oder meinen Großeltern irgendwas passiert oder auch irgendwelchen anderen Personen, die halt in diesem Risikobereich sind und ich glaube, wir können das einfach nur gemeinsam schaffen und wenn man sich auch auch impfen lässt, klar sollte man sich informieren, etc., dass man sich fragen oder auch nicht direkt alles, ja, ja, okay, mache ich, aber wenn es jetzt ums Impfen geht, Leute, das können wir nur zusammen machen mit Corona und deswegen ist es auch super wichtig, glaube ich, dass wir das alle gemeinsam besiegen wollen und wie ich schon einmal gesagt habe, ich glaube, in Deutschland würde nichts zugelassen werden, was nicht sicher ist. Es hat jemand gefragt, ob ich schon Corona hatte. Tatsächlich nein. Ich hatte also wissentlich auf jeden Fall kein Corona. Ich habe jetzt auch schon mehrere Tests machen müssen wegen Videodrehs, etc. Und die waren alle immer negativ, logischerweise. Und ja, davor ich war nie so krank, dass ich dachte, ich muss einen Test machen. Ich habe eh eigentlich gar keine Menschen gesehen und ich bin aber tatsächlich sehr paranoid. also ich wäre beim leisesten Anzeichen auch schon hingelaufen und hätte Angst gehabt. Aber tatsächlich hatte ich bisher keinen einzigen positiven Test, glücklicherweise. Und auch noch niemand von meinen näheren Verwandten. Also ich bin echt, ich bin so froh und es tut mir einfach ganz, ganz doll leid, wenn das manche zum Beispiel wesentlich schlimmer getroffen hat. Ja, weil ich weiß gar nicht, was ich machen würde, wenn jetzt irgendwie jemand Corona hätte. Ich hätte einfach irgendwie ganz viel Angst glaube ich. Die Kekse? Ja, Leute, ich gucke noch mal. Also meine können auf jeden Fall noch, ihr könnt die euch ja angucken. Ich finde, die sollten so ein bisschen, ja, ein bisschen braun sein halt. Ein bisschen angebräunt, würde ich sagen. Ein bisschen knackig. Meine sind noch sehr, ähm, sehr lasch sehen die aus. Ähm, ach so, falls ihr verstanden habt, dass ich schon geimpft wurde, wurde ich nicht. Auch so krass, dass man solche Konversationen führt, also um was für Dinge es in diesem Chat geht. Also ich glaube, vor anderthalb Jahren hätte einfach noch niemand gedacht, außer vielleicht Virologen, ähm, ja, dass mal so eine Situation kommen sollte, dass wir irgendwie uns Gedanken machen müssen über Impfen, nicht impfen, ähm, aber in so einem Kollektiv quasi Gedanken machen müssen, ob impfen oder nicht impfen und dass so viele Sachen auf einmal nicht mehr gehen, dass so viele Menschen Existenzängste haben müssen, teilweise auch, weil einfach alles den Bach runtergeht. Das ist super, super krass und ich glaube, jeder von uns wünscht sich manchmal einfach die Zeit von damals zurück. Also wenn ich jetzt an Dancing on Ice denke, das war zwar super stressig, aber es war so unbeschwert und so frei, weil man konnte einfach mit vielen Leuten in einem Raum sein, man konnte die Zeit genießen, man musste nicht Angst haben, seine Eltern zu sehen, weil man irgendwie denkt, man steckt jemanden an oder also, ja, das ist irgendwie ganz komisch. Und die nächste Frage war, ob, ähm, Tillmann mich schon vor Bibi und Tina kannte. Ähm, ich glaube nur, weil er den Film davor gesehen hat, also weil er Bibi und Tina 1 oder Bibi und Tina 2 gesehen hat in Vorbereitung ähm, für sein Casting. Also er kannte mich nicht. Wenn du das siehst, bitte einmal zwinkern. Ich kann nicht zwinkern. Nein, oh Gott, ich kann nicht zwinkern. Ha! Ähm, schaust du Let's Dance? Tatsächlich, ähm, habe ich irgendwie noch nie so richtig Let's Dance verfolgt. Die Cookies müssen raus! Ja, aber meine Cookies sind noch nicht so weit. Äh, ich guck einmal. Wo ist der, wo ist der Ding kurz hin? Hier. Okay, man sollte vielleicht, ähm, solche Sachen holen, wo man das Backblech draufstellen kann. Ist ja jetzt doof gewesen, wenn ich es einfach so irgendwo draufgestellt habe. Also ich tue meine noch eine Minute rein, aber ich meine, je nachdem, wie ihr halt, ähm, wie groß eure Kekse sind, müssen die auf jeden Fall schon raus. Ähm, meine sind echt sehr dick geworden, deswegen, ähm, deswegen bleiben die noch eine Minute drin. Mich fragt jemand, wie ich meinen Style beschreiben würde. Boah, ich muss sagen, bevor ich Tillmann kennengelernt habe, also meinen Freund, ähm, war ich echt nicht so stilbewusst, würde ich sagen. Ich habe einfach angezogen, wo ich dachte, ja, es sieht vielleicht ganz gut aus. Ähm, und mir aber nie wirklich Gedanken drüber gemacht. Ähm, das kam dann irgendwie immer mehr. Und, äh, ja, jetzt weiß ich nicht. Manchmal, also eigentlich meistens sehr farbenfroh. Ähm, teilweise habe ich aber auch Tage, an denen habe ich am allerliebsten meine schwarze Lederjacke an und ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose und so Boots. Also das kann auch schon mal vorkommen, aber wahrscheinlich habe ich dann noch so Glitzer-Eyline oder so. Also irgendwas muss immer, äh, glitzern. Das ist eigentlich mein Hut. Evi, komm mal her! Komm mal hierher! Nein, der kommt hier. Ähm, aber ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was mein Style ist. Ehrlich gesagt, ähm, Tilman hat mir echt viel geholfen, da so ein bisschen cooler zu sein, würde ich sagen. Aber, ähm, ja, bunt, aber so, dass es auch irgendwie zusammenpasst und bisschen, immer ein bisschen cute, aber auch ein bisschen, äh, hübsch einfach, ich weiß auch nicht. Okay, das hätte wahrscheinlich jede Person besser beschreiben können, was mein Style ist. So, ich hole jetzt meine Kekse da raus, weil erstens will ich einen essen und zweitens habe ich Angst, dass die Sonne zu dunkel werden. Evi, willst du mal eine Kekse haben? Hallo? Guck mal, da ist die Kamera. Nein, nicht die Schokolade. Da ist die Kamera. Siehst du? Kann davon jemand einen Screenshot machen? Hast du auch Kekse gebacken? Oh, aber du riechst die Kekse, ne? Okay. So, ich hole jetzt meine Kekse raus und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann, ähm, müsst ihr das spätestens jetzt tun, weil die sind auf jeden Fall schon fünf Minuten mindestens zu lange drin. und Ofen ausmachen nicht vergessen. Ich lasse den Ofen immer so ein bisschen auf danach, weil ich mir denke, das heizt ein bisschen die Wohnung auf, ohne dass man die Heizung anmachen muss. Clever. Okay, meine Cookies heiß. Heiß. Meine Cookies sehen so aus. Eure auch? Yay! I did it! Ich hoffe, ihr habt das auch geschafft. Ähm, es riecht so gut, oh mein Gott. Aber nicht alle alleine auf, es sind Thelman so bestimmt auch welche. Ja, Thelman ist gar nicht mal so Fan von diesen Keksen. Ich glaube, er dachte jetzt aber auch, ich habe noch Banane dazu gemischt, aber das habe ich jetzt gar nicht, habe ich vergessen. Ähm, ich dachte, das probiere ich einfach mal. Ähm, Mann, jetzt ist der Keks noch zu heiß, aber ich will ihn essen. Wir müssen auf jeden Fall den Livestream, au, heiß, noch so lange machen, bis ich den ersten Keks essen konnte. Es ist überall so schmiedig. Huch, ey, mir fallen so viele Sachen runter, ne? Mh. Also, man sollte warten, bis die abgekühlt sind. Das wäre vielleicht schlauer gewesen. Aber sie schmecken auch warm extrem gut, beziehungsweise, jetzt gerade sind sie noch heiß. Puh. Mh. Gott. Jemand fragt, ob ich mal live kochen möchte. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee wäre. Wenn das, wenn da steht, das Rezept braucht 40 Minuten. Wir kennen ja jetzt schon, wie langsam ich bin. Dann brauche ich wahrscheinlich drei Stunden. Ich meine, ich habe für die Kekse jetzt eine Stunde gebraucht. Das ist schon echt hart. Heiß. So heiß. Oh mein Gott. Schmecken euch die Kekse, falls ihr schon mal essen konntet und euch nicht auch die Zunge verbrennt. verbrennt. So wie ich. Hm. Okay. Let's just eat. Guck. Ja, wenn ich ein Gericht kochen soll, dann müssen wir auf jeden Fall um 16 Uhr anfangen. Habt ihr recht. Damit wir das dann auch abends um 19 Uhr schön essen können. Sonst wird das ja hier nichts. Okay, wir können auf jeden Fall öfter mal was zusammen backen. Allerdings sollte ich das dann vielleicht besser vorbereiten. Und auch schon, also ich habe diese Cookies eigentlich schon echt mehrere Male gemacht, aber man redet ja nur mit sich selber und ich weiß noch nicht, wie weit ihr seid und deswegen habe ich es lieber extra langsam gemacht und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich bin echt zu langsam. aber ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht und ich hoffe auch, dass die Cookies euch schmecken. Ich finde die echt mega, mega lecker. Hier ist noch eine Frage, bist du vegan? Ja, ich bin jetzt seit mehreren Monaten, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht ganz genau, wann ich angefangen habe, weil ich bin ja jetzt schon seit mehreren Jahren, auf jeden Fall seit fünf Jahren oder so oder sechs vegetarisch. Ne, seit fünf. Und ich habe dann immer Stück für Stück angefangen, noch mehr, also noch mehr auf die vegane Schiene zu gehen. Ich muss aber sagen, es fiel mir am Anfang irgendwie ein bisschen schwer. Jetzt mittlerweile gar nicht. Für mich war immer so das größte Ding Milch und ehrlich gesagt, jetzt stört es mich gar nicht mehr. Ich trinke jetzt bestimmt seit Juli oder so, also seit Juli letzten Jahres keine richtige Milch mehr und das ist tatsächlich etwas, woran ich mich so krass schnell gewöhnt habe. Also ich glaube, ich habe nur drei Wochen gebraucht und das interessiert mich gar nicht mehr. Ich stehe sehr auf Hafermilch. Das ist mein Favorite auf jeden Fall. Und ja, dann habe ich irgendwann angefangen, einfach noch ein paar mehr Lebensmittel wegzulassen beziehungsweise dann zu ersetzen. So wie Käse zum Beispiel morgens oder Käse auf einer Pizza und ich finde, es gibt echt schwierigere Sachen als das. und jetzt finde ich mittlerweile ist das, was es an Ersatzprodukten gibt, schon so krass fortgeschritten. Oh mein Gott, es gibt so viele krass leckere Sachen. Das heißt, alle die, die irgendwie sagen, ja, aber wir können doch dann gar nichts essen, das stimmt halt nicht. Also es gibt so unfassbar leckere vegane Sachen oder Ersatzprodukte. da muss man sich eigentlich echt gar nicht so den Kopf machen und Stress machen. Man sollte natürlich gucken, dass man alle seine Vitamine bekommt und so. Da muss man, finde ich, wirklich drauf achten und auch regelmäßig mal Tests machen lassen. Und ansonsten will ich euch da aber auch gar nichts vorschreiben. Macht euer Ding. Denkt einfach an die Zukunft und an was man so machen kann, um irgendwie seinen Fußabdruck ein bisschen zu verkleinern. Und für mich war das halt einfach die Variante, die ich gesagt habe, okay, dann ernähre ich mich jetzt so, weil das kann ich machen und das ist für mich kein Problem. Und deswegen habe ich da jetzt lange drauf hingearbeitet und bin jetzt seit ein paar Monaten so, dass ich sagen kann, bis auf kleinste Ausnahmen esse ich tatsächlich keine tierischen Produkt mehr. Ja, und was würde ich noch sagen? Jemand hat gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mich zuckerfrei zu ernähren. Nein. Damit hören wir jetzt diesen Livestream auch auf, weil zuckerfrei kommt auf jeden Fall nicht in die Tüte. Leute, ich glaube, ihr wisst selber, gesund ist wichtig, aber viel wichtiger ist ausgewogen und sich keinen Stress machen und das Essen, worauf man Lust hat. Natürlich trotzdem achten, ist es jetzt cool oder ist es jetzt gerade viel zu viel Zucker oder nicht. Aber ohne Zucker, ich liebe Schokolade. Nein, 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 ich liebe Schokolade und ich liebe auch sehr viele Lebensmittel, die einfach Zucker in sich haben. Also, Zucker bleibt. Ich finde generell, sich Sachen komplett verbieten, außer es geht jetzt halt natürlich um tierische Produkte, da verbietet man sich ja in dem Sinne auch Produkte, aber finde ich nicht cool. Es sollte immer irgendwie ausgewogen sein und man sollte alles essen können, worauf man Lust hat. Mit diesem Abschluss liebe Grüße und habt noch einen schönen Abend. Ich hoffe, das war für euch nicht so stressig wie für mich. Ich habe die ganze Zeit gedacht, hoffentlich, ich kriege das alles hin. Meine Kekse sind jetzt fertig. Ich esse auch noch einen und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Abend. Passt auf euch auf und genießt die Cookies. Ich werde jetzt versuchen, den Stream zu speichern, ohne dass irgendwas schief geht. Tschüss!